Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavo Video. Freunde, in der heutigen Rubrik geht es um die Bavo Gebrauchtwagen-Tipps. Das letzte Gebrauchtwagen-Tipp-Video zum E46 ist nun ca. 2,5 Jahre alt. Das erste sogar 3,5 Jahre. Nun bringen wir ein frisches Remake mit aktualisierten Preisen und ein paar frischen Infos für das 4. Quartal 2020 heraus. Also Freunde, los geht's. Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Fangen wir mit allgemeinen Fahrzeugdaten an. Wie immer fing BMW mit der Limousine an und brachte diese 1998 auf den Markt. Das Coupé wurde im zweiten Quartal 1999 dann auf die Menschheit losgelassen und der Touring dann am dritten Quartal 1999. Erst im neuen Millennium, nämlich im April 2000, kam dann noch das Cabrio und dann Mitte 2001, dann noch der allseits beliebte und für sein Design gefeierte Kompakt. Die M, Alpina und weitere Sondermodelle erhalten hier ebenfalls extra ein eigenes Video und werden in diesem Video nicht behandelt. Der BMW E46 war das erste Modell von BMW, welches nun auch bei AG-Fahrzeugen mit SMG verfügbar war, dem zuvor nur für M-Modelle verfügbaren sequentiellen manuellen Getriebe von BMW. Dieses konnte nun auch im 325i CI TI und 330i CI bestellt werden und brachte nochmal einiges an Sportlichkeit in die AG-Fahrzeuge, wenn dies denn gewünscht wurde, denn es war als Sonderausstattung für die genannten Modelle verfügbar. Auch in Sachen Sicherheit hat BMW sehr viel dazugelernt. Wo der E36 nur einen Stern beim NCAP-Crash-Test einkrashen konnte, hat der E46 satte 4 von 5 Sternen erhalten. Dies ist ein deutlicher Sprung nach vorne in puncto Sicherheit und gerade deswegen auch in der aktuellen Zeit als Gebrauchter ein sehr positiver Punkt, insbesondere für Familien oder Fahranfänger. Motoren und Preise Wie wir es bei BMW gewohnt sind, gab es beim E46 eine äußerst üppig ausgestattete Motorenspeisekarte. So servierte uns BMW eine Auswahl, die erstmal beim 316i mit 105 PS aus 1,9 Litern anfing und für echte Feinschmecker erst beim 330i CI XE mit 231 PS aus 3 Litern Hubraum aufhörte. Der Verlauf in den letzten zwei Jahren zeigt, dass der Preisrahmen sich stark verkleinert hat. Brauchbare Modelle sind jetzt erst mit einem etwas größeren Dublonenbeutel zu haben, die super gepflegten Modelle allerdings bereits mit einem kleineren als noch im letzten Video. Hier einmal eine Auflistung der Benzinmodelle gemessen anhand unseres neu entwickelten Bavmo Power Index und Bavmo Eco Index, um den Modellen einen Durchschnittswert zuzuteilen und sie besser vergleichbar zu machen. Beim Power Index ist ein höherer Wert besser, beim Eco Index ein niedrigerer Wert. Die hier angegebenen Werte können in der Praxis variieren, da wir hier die Berechnung mit Durchschnittswerten für die jeweiligen Motorisierung und für die Bauarten zusammengefasst durchgeführt haben. Einen entsprechenden Rechner zum Selbstnachrechnen werden wir zeitnah auf unserer Webseite einfügen. Die Dieselpalette war beim E46 noch recht überschaubar, ist allerdings deutlich interessanter geworden, da die Selbstzünder hier durch Direkteinspritzung technisch gesehen einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht haben. Es fing beim 318D mit 2 Litern und 116 PS an und endete erst beim 330D mit 3 Litern und 204 PS. Hier ebenfalls nochmal die Tabelle mit dem Bavmo Power und Bavmo Eco Index zu den Dieselmodellen. Probleme der Baureihe Der E46 ist leider auch kein Fahrzeug ohne Sorgen. Es gibt einige Probleme, auf die man unbedingt achten muss, insbesondere, weil einige davon leider überdurchschnittlich oft auftreten können. Man sollte also beim Kauf darauf achten, dass das Fahrzeug keinerlei Wartungsstau besitzt, sonst wird der vermeintlich günstige BMW der teuerste Wagen, den man sich je gekauft hat. Folgenden Dingen sollte man besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen. Wenn das Fahrzeug ein Navigationssystem hat, testet dieses unbedingt. Es passiert nämlich oft, dass diese nach all den Jahren sehr langsam funktionieren, Pixelfehler vorhanden sind oder die zwischenzeitlich immer aus- und wieder angehen. Ist dies der Fall, muss man diese leider ersetzen. Die Fensterheber sind typisch BMW der Ende 90er, Anfang 2000er leider ein großes Problem. Hier können die Halterklipse abbrechen, die Schienen verbiegen, sich durch schiefe Bewegung der Fenster oder die Motoren verweigern die Funktion. Das Airbag-System kann auch gerne Fehler aufweisen. Hier kann zum Beispiel die Sitzbelegungsmatte durch Draufknien durchbrechen und das System meldet einen Airbag-Fehler. Ebenfalls kann auch der Schleifring am Lenkrad einen Defekt aufweisen oder die Gurtstraffer, denn hier hat BMW leider nicht aufgebessert gegenüber dem Vorgänger. Bei manchen E46 musste auch technische Aktion seitens BMW durchgeführt werden, bei welcher Fahrer- und oder Beifahrer-Airbag ersetzt werden mussten, kostenlos, da eine Charge beim damaligen Zulieferer fehlerhaft war. Fahrzeuge mit Xenon sind besonders zu kontrollieren, denn wenn die Farbe der Leuchten in lila oder rosa ist, sind hier die Vorbrenner defekt, was bei der Bauweise der E46-Scheinwerfer sehr teuer werden könnte. Man sollte das Fahrzeug nach Rost absuchen. Besonders gefährdete Stellen sind die Radläufe, die Türunterkanten, der Batteriekasten und die Heckklappe. Die PDC-Sensoren gehen gerne mal kaputt, dieses zu bemerken durch einen dauerhaften Piepton bei aktiviertem PDC. Achtet auf rasselnde oder klopfende bzw. klackernde Motorgeräusche. Die Wannos beim E46 ist nämlich ebenfalls anfällig. Man sollte bei der Probefahrt auch zwingend auf die Leistungsentfaltung und Gasannahme achten, denn Fahrzeuge mit Valtronic haben gerne mal genau mit dieser ein großes Problem. Ebenfalls wichtig bei den ersten N-Motoren, hier nochmal genauer auf Rasselgeräusche achten, denn hier gibt es sehr große Probleme mit der Kette, was zu Motorschäden führen kann. Sämtliche Achslager sind zu kontrollieren, denn diese sind wieder typisch BMW nicht sehr robust, was natürlich der Sportlichkeit der Fahrzeuge zuzuordnen ist. Besonders Vor-Facelift-Modelle haben ab 6 Zylindern Probleme mit ausgerissenen Hinterachsen. Dies ist bauseitig bedingt ein Fehler des Herstellers und wurde bei vielen Fahrzeugen bereits durch technische Aktion seitens BMW kostenlos behoben. Dennoch sollte man immer ein Auge darauf haben. Beim Touric sammelt sich gerne Wasser im Kofferraum, was die Elektronik dort befallen kann. Das Differential heult gerne, was auch auf einen baldigen Defekt hinweisen kann. Das Thermostat ist ein leidiges Problem, was aber zum Glück zügig behoben werden kann. Die Zylinderkopfdichtung ist auch ein leidiges Problem, besonders bei Fahrzeugen, die gerne mal kalt hochgedreht wurden. Das ist natürlich eine leider sehr lange mögliche Mängelliste. Deswegen gilt beim E46 besondere Aufmerksamkeit bei der Kontrolle. Wenn ihr selbst nicht so erfahren seid, nehmt euch unbedingt jemanden mit, der euch bei der Kontrolle helfen kann. Oder fahrt zur Not zu einer Prüfstelle, die professionelle Gebrauchtwagenchecks durchführt. Die Ausstattung beim E46 war recht üppig gesät. Zumindest dann, wenn der Erstkäufer die entsprechenden Kreuze bei der Bestellung gemacht hat. Serienmäßig war beim E46 je nach Motorisierung nämlich leider nicht so viel drin. Doch war er zumindest verhältnismäßig deutlich besser bei der Grundausstattung als sein Vorgänger der E36, welcher selbst für seine Zeit unterirdisch bei der Serienausstattung war. So hatte jeder E46 ab Facelift beispielsweise elektrische Fensterheber vorne, DSC, ABS, Check Control, Funkzentralverregelung und noch einiges mehr. Ab Sechszylindern gab es dann serienmäßig noch ein paar weitere Ausstattungsmerkmale. Den wahren Pluspunkt spielt BMW aber wie immer bei der Sonderausstattung aus, denn der E46 konnte für sein Baujahr überdurchschnittlich gut ausgestattet werden, wenn man dies beim Kauf damals gewünscht hat. Gerade Ausstattungsmerkmale, die selten sind, insbesondere wenn diese nur über den zusätzlichen Zubehörkatalog bestellbar waren, wie die Rückfahrkamera oder Original-PDC für vorne, treiben den Preis eines Gebrauchten gerne in die Höhe. Selbst jetzt, wo es eigentlich viel bessere Zubehörlösungen von Drittanbietern gibt. Für diejenigen, die einen Lastenesel suchen, ist der Touring ebenfalls bestens geeignet. Dieser hat ein Kofferraumvolumen von satten 435 Litern und bei umgeklappter Rückbank ein Ladevolumen von 1345 Litern. Empfehlung Eine so eindeutige Empfehlung gibt es beim E46 durch die große Motorenauswahl tatsächlich nicht. Lediglich abraten würden wir von den 316 und 318i Modellen mit den neueren N-Motoren, da diese leider teure Probleme bereiten könnten. Allerdings ist der 316i Vor-Facelift mit 105 PS eine wahre Empfehlung für Sparfüchse, die es nicht so eilig haben. Sollte man aber auf kernigen 6-Zylinder-Sound, Laufruhe und Spaß aus sein, kommt man nicht um einen 325 oder 330i herum. Insbesondere ab Facelift hat man hier einen noch recht modernen Wagen, der absolutes BMW-Fahrgefühl vermittelt. Und wenn euch auch die Vorgänger und Nachfolger interessieren, gebraucht waren Tipp-Videos zum E30, E36 sowie E90 und F30 haben wir selbstverständlich ebenfalls auf unserem Kanal. Schaut einfach mal rein. So Freunde, das war's mit dem Bavo-Video für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es jetzt kostenlos tun. Vergesst auch nicht die Glocke zu aktivieren, denn nur so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure Bavo-Muchshu.